95% aller Menschen, die im Network Marketing tätig sind, verlieren mehr Geld, als sie verdienen. Guten Tag, mein Name ist Klaus Wolfsberger. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. In den ersten drei Jahren, die ich im Network Marketing tätig war, hatte ich nicht viel vorzuweisen, außer viel Zeit und Arbeit, die ich in das Business investiert hatte. Meinem Ziel, 60.000 Euro Schulden in vier Jahren durch die Network Tätigkeit abzubauen, war ich weit entfernt. Obwohl ich an mich und die Möglichkeit in kurzer Zeit 10.000 Euro im Monat zu verdienen geglaubt hatte. Die Frage, die ich mir damals nach diesen drei harten Jahren gestellt habe, war, muss das sein? Muss jeder, der im MLM arbeitet oder in diesem Bereich beginnen will, so einen mühsamen Weg gehen? Muss jeder, der im MLM erfolgreich sein will, Leute ansprechen, die man nicht kennt, Familienmitglieder und Freunde überzeugen, tausende Flyer auszuteilen, um Kunden zu gewinnen? Ist es wirklich notwendig, solche Sachen zu machen, wenn sie im MLM erfolgreich sein wollen? In den ersten drei frustrierenden Jahren im Geschäft habe ich fast alles probiert. Ich war auf jedem Training, auf jeder Großveranstaltung, auf weiterführenden Trainings von Erfolgscoaches und habe aufmerksam alle Training-Calls angehört und analysiert. Ich habe hunderte Euro für Bücher und Hör-CDs und natürlich tausende Euro für Werbung ausgegeben und war stundenlang Flyer. 10.000 Flyer in der Woche. Täglich habe ich Umfragen gemacht, sodass ich jeden Tag 20 neue Business-Leads, Geschäftsinteressenten anrufen konnte. Und trotz meines Einsatzes war ich nach drei Jahren meinem Ziel von finanzieller Freiheit keinen Schritt näher. Ich begann an mir zu zweifeln. Denn bei mir funktionierte keines der Arbeitswerkzeuge richtig gut. Und die einzige Antwort, die ich bekam war, arbeite an deiner Einstellung, arbeite härter, sprich mit mehr Leuten und erhöhe deine Zahl. Das heißt, ruf mehr Leute an als am vorigen Tag und so weiter. Ich wusste bereits alles über das Home-Business, nur nicht, wie ich damit Geld verdienen kann. Ich sage Ihnen jetzt, es gibt einen professionelleren und wesentlich effizienteren Weg. Nach diesen drei erfolglosen Jahren hat sich mein Business komplett verändert. Denn ich habe intensiv nach einem Weg gesucht, wie ich professionelles Marketing in das MLM integrieren und jeder von dieser Möglichkeit in Zukunft profitieren kann. Stellen Sie sich vor, es gäbe ein System, das einen nicht abreißenden Strom von Interessenten und Geschäftspartnern hervorbringt, die wissen, was sie wollen, umfassend informiert worden sind und starten wollen. Ein System, durch das Sie keinen Verlust durch Werbung haben. Ein System, das jeder Teampartner nützen und auch duplizieren kann. Und ein System, mit dem neue Leute ab dem ersten Tag Geld verdienen können. Denn dann haben Sie auch keinen Grund mehr, damit aufzuhören. Dieses System habe ich MLM-Erfolgsformel genannt und es funktioniert, wenn Sie damit arbeiten. Seit fast zwei Jahren gibt es die MLM-Erfolgsformel. Wir haben Sie ständig verbessert und zur Zeit nützen über 1100 Partner die MLM-Erfolgsformel mit großem Erfolg. Glauben Sie mir, im MLM-Business geht es nur um Marketing. Wenn Sie das Geschäft richtig machen, dann brauchen Sie nicht direkt zu verkaufen. Sie brauchen keine Leute ansprechen, ob Sie in Ihr Team einsteigen wollen. Denn die Leute werden Sie fragen, ob Sie bei Ihnen starten können. Sie müssen keine Flyer verteilen, um Kunden zu gewinnen. Sie bekommen Geld dafür, dass andere Menschen sich über Ihre Lösungsmöglichkeit informieren. Wenn Sie das Geschäft richtig machen, dann verdienen Sie und Ihre Teampartner sofort. Auch von jenen Leuten, die dann nicht Kunde oder Teampartner werden. Wenn Sie das Geschäft richtig machen, kann sich jeder Ihrem System anschließen und ab dem ersten Tag Geld verdienen. Das Problem ist, dass 98% der Networker es nicht richtig machen, da sie keine Ahnung von Marketing haben. Sie können diesen Zustand jetzt sofort ändern. Besuchen Sie den 8-jährigen kostenlosen E-Mail-Kurs MLM-Erfolgsformel, um mehr zu erfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.